Ja, da sind wir auch wieder. Ja, die Kamera hatte sich da kurz abgeschaltet. Aus welchen Gründen auch immer. Kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass ich sehr viel gerade über USB laufen lasse. Ja. Ich mach erstmal ja alles platt. Mörderin hier. Pff. Vor allem warum? Es war nur eine Frage der Zeit, als du die Klippe hoch bist. Du hast dem Mann, dessen Frau du ermordet hast, gesagt, er soll nach vorn schauen. Ich habe doch nie gewollt, dass es so weit kommt. Warum dann? Kalee säte die Saat der Zwietracht. Sie wollte, dass die Utaru Reinklang verlassen. Dass wir unsere Heimat verlassen. Wäre es dazu gekommen? Wäre das am Ende zerstörerischer gewesen, als jede Krankheit oder Maschine. Du befallst ihren Tod? Alles hat seine natürliche Ordnung. Wachstum. Verwesung. Tod. Das ist der Lauf der Dinge. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln. Also beseitigte ich, was uns bedrohte. Und es tut mir aufrichtig leid. Doch jetzt ist es vorbei. Ich sorg dafür, dass du für das verursachte Leid bezahlst. Zu spät. Zwei Frauen tot. Zumindest bezahlst du mit dem Leben. Meine Wahl. Das war alles deine Wahl. Nein. Sie musste vor Gericht. Kalee verdient Gerechtigkeit. Sie ist tot, Bré. Das ist gerecht genug. Es ist nicht viel. Aber bitte nimm das hier. Als Dank. Ich muss mich nicht mehr auf ewig fragen, was wohl mit Kalee passiert ist. Wie eine Seuche. Drei unserer Leute. Sind tot. Und wofür? Ich geb's zu. Ich wollte dich nie unter uns. Aber jetzt sieht es aus, als müsse ich dir danken. Du hast uns die Fäulnis gezeigt. Die Hehe um sich griff. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Die Fäulnis ist jetzt weg. Neues kann wachsen. Ich mag die. Also generell das Volk. Jetzt nicht hier die, dass die sich selbst killen oder so. Sondern einfach nur... Dieses, dieses Wachstum und naturnah und so weiter und so fort. Finde ich gar nicht schlecht. Also gefällt mir ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Helfen wir denen doch gleich mal weiter. Rede mit den Überlebenden. Begebe dich zum Altholz. Ich rede erstmal mit den Überlebenden. Die Maschinen machen weiter. Machen sich kaputt. Wegen dieser bescheuerten Fäulnis. Ja, die müssen wir besiegen. Die müssen wir besiegen. Vor allem auf einmal kommen irgendwelche Leute von der Endurance oder... Oder wie die hießen. Das fand ich schon ein bisschen weird. Dass dann irgendwie... Irgendwelche Leute halt vorbeigekommen sind. Die dann irgendwie von einem... Die Hightech mäßig... ...extrem übel drauf sind. Weird. Mach da oben. Ja, in Höhenlagen ist es ein bisschen... ...erwährend. Na gut. Hallo, ich würde gerne... Danke. Speichern ist nie verkehrt. Muss mal gucken, wie viel Platz ich überhaupt noch hab. Das ist der Platte. Ich glaub so... Langsam wird's... ...knapp. Und hast ja nur 600 Gigabyte. ...knapp. Ben? Ich bin wegen der Maschine hier. Im Altholz. Du bist hinter dem Monster her? Ja. Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich... Ich sag dir, was ich weiß. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere. Wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer... ...haben wir sie beseitigt. Doch diesmal... ...als wir fertig waren... ...hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz. Aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Rhi und Zan. Und griff mich an. Traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie ein Pfeil in den Hals. Mein Freund Lau hat sie abgelenkt. Er rief und schrie. Dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen. Und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Lauf, Klapp, Lauf. Ich war schon fast in Reinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Fuck. Ich ließ Lau sterben. Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus. Aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler. Und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir. Ich weiß, was ich tue. Wenn das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Hammer Kerl. Schön, dich zu sehen. Die Maschine kriegen wir hin. Nee, den helfe ich eigentlich ganz gerne. Generell, ich finde... Ich finde... Scheil sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Der beste Ort, um nach den Samentaschen der Jäger zu suchen. Ich muss den grünen Glanz vorsichtig lösen. Okay. Spitzengläber. Spitzenglünderer. Spitzengläber. Spitzengläber. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann. Alter, hat mich das gelohnt. Alter, hat mich das gelohnt. Alter, hat mich das gelohnt. Was, das waren die Maschinen? Aber wo sind die anderen Jäger? Und der Krallenschreiter, der sie angegriffen hat? Ich sollte mit dem Fokus nach Spur... Krallenschreiter, Spuren... Ja, wollte schon sagen. Ich habe schon gedacht, es wäre ein bisschen low gewesen. Wenn das die Viecher gewesen wären. Das ist ein bisschen blöd. Gut, dass die Spur sich aufhebt. Und sobald man etwas begutachtet oder so. Lass mal Zelle. Dann sammeln wir noch mal ein paar Jägerzellen. Äh, Samentaschen von Jäger. Der Krallenschreiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Gut, drei Jäger. Sollte noch einer da sein? Der Krallenschreiter erfolgt. Hier liegt doch bestimmt irgendwas. Schön mit dem Blümchen hier. Aber wo könnte der Krallenschreiter oder der Jäger sein? Ah, hier. Kam ich nicht von hier? Oder kam ich von dort? Sind die sicher, dass es ein Krallenschreiter gewesen ist? Oder vielleicht was anderes? Na doch, war ein Krallenschreiter. Aua. Ah, okay. Das wäre cool, wenn man da jetzt noch irgendwie einen Jäger finden würde, der sich da irgendwo verschanzt hat. Das wäre... cool. Dass wir dem zumindest helfen können. Muss ja nicht immer alles tot und verderben sein. Hallo, nach oben? Ne? Geht das? Ne, ne? Kann doch nicht nach links oder... Das ist super. Boah. Ich finde, wir enden die Krallenschreiter-Spuren vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen. Aber ich wette, ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalten der Kriste stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen. Erledige die Maschinen. Jawoll, Inge! Machen wir mal Mut! Das sollte so viel Damage geben. Das sollte so viel denn sein. Nahahaha! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Na komm her du Limmel. Alter Aloy, du drehst dich mit dem Bezückbogen so schn... ...drehst dich mit dem Bezückbogen so schn... ...unfucking fassbar. Hier gibt's gut was zu sammeln, ne? Joa, also ich hab mich jetzt besser anstellen können. Aber ich bin eigentlich soweit zufrieden. Wir haben's ja überlebt. Ich mein, theoretisch, sind wir mal ehrlich. Ich... Eigentlich bin ich ja viel besser in den Spielen. Ich stell mich aber nur... Was? Was hat mir denn da jetzt Damage gegeben? So. Untersuche den Spalt. Okay. Jups. Sie sind weg. Eine Rettung war nicht zu erwarten. Danke, Fremde. Ich suche den Krallenschreiter. Wo ist er hin? Du jagst ihn? Hab schon größere bekämpft. Wer bist du? Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Lass mich das übernehmen. Ich kann ihn für dich aufhalten. Bleib zurück. Und warte, bis ich schieße. Pass auf die Körner. Die Maschine, die Jäger tötet. Tödlicher als normale Maschinen. Na, ich hab meinen Mut eben verballert. Ich geb dir Deckung. Ich hab meinen Mut. Das lief jetzt besser als gedacht. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass man den so einfach kriegt. Aber gut, ich bin happy. Ich will mich nicht beklagen. Ich will mich, indem er dich geschickt hat. Also sind wir quitt. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier bitte, nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Dankeschön. Guter Mann. Die beiden sind lustig. Coole Buddies. Noch ein Jäger kann nach Hause. Jetzt muss ich nur noch, Sha'iel, die Samentaschen zurückbringen. So, das lief doch schon mal wesentlich angenehmer. Kann ich da reisen? Nee, ne? Ich kann nur zum Lagerfeuer. Na gut, zum Glück haben wir noch einiges an Schnellreisepakete. Ladebildschirm, Ladebild. Oh, weiter geht's. Super. Also hier wird's mir echt gefallen. Kompletti Paletti. Dürfte auch nicht anders sein. Sie müsste genauso ähnlich eins zu eins sein. Warte mal. Der hat was Neues. Nö, scheinbar nicht. Warum war da jetzt Black Screen? Ladebildschirm, Ladebildschirm. Naja. Das ist Jail. Ich sollte ihr die Samentaschen geben, die ich aus... Eloy. Lau ist dank dir wieder zurück bei uns. Ist es sicher, wieder Jäger loszuschicken? Es wird da draußen nie ganz sicher sein, aber... der Kallenschreiter ist tot. Hier. Die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Lau und Ven würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Eloy. Möge das Land gut zu dir sein. Super. Wie geht es dir, Bray? Hast du hier die Samen deiner Frau gepflanzt? Genau. Sie gehören jetzt zu Rheinklang. Wo sie wachsen und erblühen können. Sie fehlt mir. Aber ich kämpfe weiter um Veränderungen, wie sie es getan hätte. Dass ihr wirklich so etwas Furchtbares zustoßen konnte. Das hat sie nicht verdient. Aber zumindest erinnert mich das ja an sie. Mein herzliches Beileid. Auch wenn wir Rheinklang einst verlassen. Weiß ich, dass ihre Samen Teil unseres Kreislaufs waren. Und alles dank dir, Eloy. Mögest du immer durch volle Felder wandern. Danke für deinen Segen. Ich habe sechs Fähigkeitspunkte, Leute. Ich weiß nicht, wohin damit. Dreifach-Häcksler. Joa. Was haben wir denn hier? Wirksame Medizin. Mehr und schnellere Heilung. Jawohl. Nehme mit. Gesundheit. Tränke bieten mehr Heilung. Und alle Tränke werden schneller konsumiert. Nehme mit. Ja. Bin mal gespannt, ob wir genug Dingsbums kriegen. Um einfach mal alles. Immer. Ich habe immer Zeit für eine alte Frau. Joa. So. Ne. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir uns eben mal in den, äh, vor ein paar Parts. Zwei oder drei. Ich weiß nicht. Dass wir uns da einfach mal die Zeit genommen haben. Stolzschnauze. Stolzschnauze. Alter Schwede. Weg damit. Ähm. Was ein Schwei. Oh. 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 Ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen zu stark ist. Oh, oh, oh. Oh, oh. Leck mich doch. Na komm her, wo bist du dann? Bleib doch nicht da unten! Aua! Fuck! Ich bin euch! Alter, das ist ein riesen Schildkröte-Mädchen. Ich weiß ja wohl irgendwas gegen die machen können. Ich will zwar nicht sagen, dass der da nicht zu suchen hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er eben kein Damage gekriegt hat. Ich bin in Ruhe! Du Lümmel durch! Irgendwas ist doch da falsch! Ich habe das Gefühl, irgendwas sagt mir, nope! Oh! Hat er sich gebufft? Ja! Ja! One-Hit-Kill! Das ist es! Leck mich doch am Eiersack! Alter! Fuck! Fuck! Bam! Ja! Beide! Amen! Weiss! Eiersack! Decker! Geist! Wen sites! WIPS! Ne communities! Ich will doch nur durch das Gebiet. So. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass der nervig ist. So, probieren wir es mal. Noch immer. Ich habe so das Gefühl, ich sehe keine Schadenszahlen. Was zum... Man kann sie übertreiben. Hm. Na komm, wo bist du denn hin? Hm. Ja, natürlich. Das mit dem Graben haben sie wohl ein bisschen übertrieben. Ja, das kriegen wir hin, ey, Läuber. Alter. Ja, man kann sie übertreiben. Nee, jetzt kann sie vergessen. Machst viel zu wenig Sch... Ja. Natürlich. Wäre aber noch mal kein Freund von diesen stupiden One-Hit-Kills. Hoffentlich sind die anderen Viecher gekillt. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Zeit zu magieren. Die Maschine ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Vor allem, wenn die so gebufft ist. Ich könnte vorher einsetzen. Ich könnte vorher einsetzen. Ja, natürlich. Warum? Ich muss das anders machen. Ich muss das anders machen. So, das hat gesessen. Ja, das muss natürlich auch noch so schnell sein, dass man nicht ausweichen kann, ne? Nichts. Das war's. Immer mehr drauf. Klar, warum nicht so ein Round-Maschinengewehr? Scheiß. Das ist dumm. Das ist dumm. Eine wandelnde Festung, um mal ein bisschen reinzuscheißen, ist ja okay, aber... Jetzt zu übertreiben. Okay, besser. Okay, besser. Ja, natürlich, bist du ja jetzt da. Hast du ja jetzt auch noch diesen... Man kann es übertreiben, bei aller Liebe. Ist jetzt so meine bescheidene Meinung. Na komm raus, so Lümmel. Ja, natürlich, kommt es raus und sofort alles am Schießen und explodieren. Und ich bin jetzt overpowered und... Och komm, das ist dumm, dass sie den Skill reingesetzt haben, ist... Sorry, aber Gorilla Games oder wer vor verbinden, was da ist, ist also... Wenn ihr euch noch einmal über Dark Souls beschwert, passt euch an die eigene Scheißnase, ihr Lappen, ey. Ernsthaft, bei aller Freundschaft. Wenn sie sich über Dark Souls beschweren, haben sie ja recht. Aber wenn man dann meckert, sollte man es besser machen, als das, über den man meckert. Und dann einfach, ja, die können nach einer Zeit ein Skill aufbauen, sind dann unsterblich. Das... So macht man ein Spiel nicht interessant. Warum haben die jetzt diesen Skill? Wozu? Ich verstehe es nicht. Natürlich, klar. Kein Problem. Das Vieh kriegt mich ohne Probleme, egal wo ich bin. Es ist aber schön, dass es gegen Säure anfällig ist, es bringt halt nur nichts. Und wenn du halt 500.000 Pfeile brauchst, um einen Fortschritt zu machen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Klar. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich will zwar nichts sagen, aber what the fuck. Warum kann das fiese... Warum hat das fiese einen krassen Radius? Ach so, ja, stimmt. Also wenn das nicht genug wäre, das muss ja jetzt auch noch unbedingt... Aus dem Untergrund direkt... Ja! Ja! Haha! Wir spielen auf normal, Leute, ne? Ja. Ich will ja nicht zu weit weglaufen. Ja, brauchst Zeit zum Ausweichen. Aber kein Problem. Währenddessen kann ich ja alles. Ich bin ja nicht zu weit weg. Na komm. Kannst sowieso alles. Ja, klar. Warum nicht unendlich fallen? Das kriegen wir hin. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Komm, ich muss pissen. Mach hin. Wir nehmen einfach das Nervenix und das spammt er dann. Das erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls. Sowas ist zwei. Nichts mehr zum Heilen. Ja, natürlich. Bleib doch an einem Frame hängen. Ja, natürlich. Hitbox. Och, leck mich doch. Ne, also da haben sie es ein bisschen verkackt. Wenn sie sich nochmal über Dark Souls beschweren, sollen sie den Scheiß selbst machen. Und es ist auf hier. Es ist. Schwierigkeiten normal. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.